Richterin in Las Vegas, Richard Lugners geheime Tochter.Richard Lugner ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Er hinterlässt eine Ehefrau, drei leibliche Kinder und eine uneheliche Tochter, von deren Existenz viele Jahre lang nichts bekannt war. In den letzten Monaten gab es immer wieder besorgniserregende Nachrichten über den Gesundheitszustand von Richard Lugner. Nun ist der österreichische Baulöwe verstorben und hinterlässt seine frischgebackene Ehefrau. Lugner und Simone gaben sich erst im Juni das Jahrwort, für ihn war es bereits die sechste Ehe. Aus seiner ersten Ehe hat der Bauunternehmer zwei Söhne. Aus seiner vierten Ehe mit Christina Mausi Lugner stammt seine Tochter Jacqueline. Doch was viele nicht wissen, Richard Lugner hat eine weitere Tochter in den u.s.a. Richard Lugners Tochter arbeitet als Richterin. Nadine Janine Katter, 39 Jahre alt, ist das Ergebnis von Lugners Beziehung mit der österreichischen Schauspielerin Sonja Janine. Ich habe sie als Kind dreimal gesehen. Dann ist sie mit ihrer Mutter nach Hawaii gezogen. Mit 21, als ihre Mutter ihr erzählte, wer ihr Vater wirklich ist, habe ich sie getroffen, sagte Lugner 2022 in einem Interview mit Heute. Add. Einige Jahre später lernten auch seine beiden Kinder Alexander und Jacqueline Nadine kennen. Nadine lebt seit Jahren in Las Vegas und arbeitet dort als Richterin. Sie war eine erfolgreiche Anwältin und oft unterwegs. Daher hat sie sich zur Volkswahl als Richterin beworben und in den Wahlkampf investiert. Jetzt hat sie, bei tollem Gehalt, mehr Zeit für ihr Privatleben, erklärte Lugner stolz. Im Gegensatz zu ihrem berühmten Vater möchte Nadine jedoch ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraushalten. Richard Lugner kümmerte sich um sein Testamentpunkt. Nach Lugners Tod dürfte es nun keinen Erbstreit unter seinen Hinterbliebenen geben. Noch vor seiner Hochzeit mit Simone wollte er sich um sein Testament kümmern, das auch seine vier Kinder berücksichtigen sollte. Erst im April, wenige Monate vor seinem Tod, reiste Richard Lugner noch einmal in die USA, um seine geheime Tochter Nadine Janine Cutter zu besuchen. Lange Zeit war unbekannt, dass der Baumeister neben Jacqueline, 30, Alexander, 58, und Andreas, 55, ein weiteres Kind hat. Wenig Kontakt mit seiner älteren Tochter. Richard Lugner verbrachte in der Kindheit seiner Tochter nicht viel Zeit. Er sah sie dreimal, bevor sie mit ihrer Mutter Sonja Janine, einer ehemaligen Schauspielerin, nach Hawaii zog. Später besuchte Lugner Nadine einige Male, doch sie erfuhr erst mit 21 Jahren, wer ihr leiblicher Vater ist. Auch ihre Halbgeschwister Jacqueline und Alexander haben sie mittlerweile kennengelernt. Nadine ist inzwischen als Richterin in Nevada tätig. Punkt mit Maske in der Karsgrabenkirche, im Stephansdom war Nadine zunächst nicht zu finden. Sie meidet die Öffentlichkeit. Bei den privaten Feierlichkeiten in der Karsgrabenkirche wurde sie jedoch gesichtet, wie ein Insider gegenüber OE24 berichtete. Sie trug eine Maske und kam mit ihrem Sohn. Auch beim anschließenden Begräbnis war sie anwesend und setzte die Maske keine Sekunde ab. Auch sie wird erben. Trotz des großen Abstands zwischen Amerika und Österreich sah Lugner Nadine als gleichwertiges Kind an. Ich habe vier Kinder und eine Frau, die meine Erben sind, erklärte Lugner OE24 am Rande seiner Hochzeit im Juni. Und in der Karsgrabenkirche wurde sie mit der Karsgrabenkirchen. Vielen Dank.